Und damit kommen wir zur Fußball-Bundesliga. Kein Team war dort bislang so schlecht wie Schalke 04. Null Punkte aus fünf Spielen. Desaster, eigentlich ein Gruselstart für die Mannschaft. Heute aber wurde dieser negative Lauf durchbrochen. Und heute zum ersten Mal im Übrigen auch mit Julia Büchler. Bitteschön. Ja, Sie waren schon fast königsgrau vor lauter Frust. Aber jetzt strahlen Sie wieder richtig kitschig, Königsblau. Und wie. Mit einem furiosen 4 zu 0 meldet sich das Team von Trainer Markus Weinziel eindrucksvoll zurück.